Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute gibt es einen so spannenden Interviewgast, der ein Thema mitbringt, das du wahrscheinlich auch kennst und zwar geht es darum, die Tendenz zu haben, zu nett zu sein und sich immer um alle anderen kümmern zu wollen und zu glauben, wir tragen die Verantwortung für das Glück aller Menschen um uns herum und dabei keine Rücksicht mehr auf uns selbst zu nehmen, über unsere eigenen Bedürfnisse drüber zu gehen, unsere eigenen Wünsche immer hinten anzustellen und genau darüber spreche ich heute mit Ingo Nomsen und du kennst Ingo wahrscheinlich, er war über 20 Jahre Moderator beim ZDF, ist deutscher Journalist und Fernsehmoderator, hat zwei Bücher geschrieben, ist unter anderem auch Comedian im Quatch Comedy Club und ist ein super, super inspirierender Mensch und hat unter anderem in New York gelebt und dort eine sehr spannende Erfahrung für sich gemacht und in diesem Interview sprechen wir nicht nur darüber, was es in seinem Leben verändert hat, als sein Vater gestorben ist, sondern auch über seine ganze Transformation, über das Bewusstwerden hin, dass er sich erlauben darf, seine eigenen Träume und Wünsche auch zu leben und was dadurch alles entstanden ist und du erfährst in der Folge, wie du aufhören kannst, immer nur die Bedürfnisse, alle anderen befriedigen zu wollen, was du tun kannst, wenn dich dein inneres Bullshit-FM immer wieder davon abhält, wirklich für deine Träume auch losgehen zu dürfen, wieso das Ungewisse zu einem deiner größten inneren Antriebe werden kann und warum dich dein Wunsch nach ständiger Harmonie auch manchmal ganz schön blockieren kann. Und ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dieser Folge. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du danach bei Instagram vorbeischaust und uns deine Gedanken teilst und dann gibt es noch eine richtig coole Neuigkeit, denn es gibt ja das Higher Self Home. Das Higher Self Home ist mein monatlicher Membership-Bereich und das gibt es mittlerweile seit über drei Jahren mit einer riesen Mediathek mittlerweile, mit Meditation und Live-Sessions und Q&A-Sessions und PDFs und da ist so viel Material drin. Aber damit ist nicht genug, denn ich habe mir überlegt, ich möchte gerne das Higher Self Home noch weiter ausbauen und noch mehr Möglichkeiten darin geben, wie du deine Spiritualität leben kannst. Und deswegen gibt es jetzt seit Januar im Higher Self Home drei richtig coole neue Features. Zum einen gibt es jeden Monat eine Yoga-Session, passend zum Fokusthema. Wir haben zum Beispiel jetzt im Februar das Fokusthema, wo es darum geht, Spiritualität im Alltag zu leben. Also wie kann ich meine Spiritualität nicht nur auf dem Meditationskissen leben, sondern auch in meinen Beziehungen, im Beruf und so weiter. Und dazu gibt es eine speziell abgestimmte Yoga-Session. Dann gibt es eine Live-Active-Session jeden Monat. Das heißt, es wird jeden Monat eine Art Active-Session geben. Zu den Live-Sessions, zu den Q&A-Sessions mit mir gibt es zusätzlich eine Live-Active-Session mit einem Gast, also mit jemand, der das macht. Das werde nicht ich sein. Und in diesem Monat ist die Active-Session zum Beispiel eine Journaling-Yin-Yoga-Session. Und wir haben zusätzlich noch Special Guests zum Thema Human Design in diesem Monat. Also so, so spannend, so cool. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne in deinem Alltag Spiritualität mehr integrieren und da in die Hand genommen werden und Meditation bekommen, mit mir enger zusammenarbeiten als quasi deinen eigenen spirituellen Coach, dann komm ins Higher-Self-Home. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns da sehen. Du findest alles dazu in den Shownotes. Den Link melde dich an. Du kriegst dazu auch den Premium-Access zu meiner App mit den Masterclasses, mit den Voice-Nachrichten. Also es ist wirklich, besser geht's nicht. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im Higher-Self-Home sehen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge mit Imbro Nomsen. Viel Spaß! Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden, tollen, humorvollen Gast hier im Podcast zu haben. Ingo Nomsen, es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich total. Also als ich die Nachricht bekommen habe, dass du mich einlädst, dachte ich, wow, echt, finde ich klasse. Freue ich mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, war tatsächlich, dass ich auf dein Buch gestoßen bin, Hilfe, ich bin zu nett und dachte mir so, das muss ich, glaube ich, lesen. Wer ist dieser Mann? Und der Titel ist natürlich einfach fantastisch und Grenzen setzen, wenn andere ihre Freundlichkeit ausnutzen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was super viele Menschen kennen. Und ich würde da sehr, sehr gerne mit dir darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, dieses Buch zu schreiben. Und vielleicht können wir damit direkt auch losstarten. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben? Naja, es ist ja mein zweites Buch. Und im Prinzip war auch ein Buch schreiben so ein Wunsch von mir, der, seit ich irgendwie zum ersten Mal Bücher verschlungen habe als Teenie, dachte mir, irgendwann schreibst du auch mal selber Bücher. Und das ist aber auch so ein Wunsch, der einfach unter die Räder kam im Laufe meines Lebens. Ich war als Moderator irgendwie erfolgreich und alles andere ist hinten angestanden. Und dann kam der Tag, als mein Vater gestorben ist, der bei mir ziemlich viel verändert hat, eben auch nochmal den Blick auf das eigene Leben. Und dann habe ich gedacht, du musst jetzt auch mal gucken, was du noch für Wünsche und Bedürfnisse hast. Und dann ist das erste Buch entstanden. Dann habe ich eine Auszeit genommen. Dann sind viele alte Wünsche und Ideen wieder hochgekommen, die ich versucht habe zu verfolgen. Und das ist mir immer besser gelungen. Und dann dachte ich, ja, eigentlich ist das ein verdammt spannender Prozess, was mit einem Menschen passiert, wenn du die Türen einfach für Neues aufmachst und plötzlich passieren Dinge. Und habe das dann aufgeschrieben und irgendwie dachte ich, das ist jetzt keine Biografie, sondern das ist im Prinzip die Geschichte, wie ich mich gerade verändere. Und dass dann am Ende dieses Prozesses auch die Kündigung meines Bread-and-Butter-Jobs, sage ich immer, der mir auch viel Spaß gemacht hat, beim ZDF-Moderator zu sein, war 20 Jahre wirklich der Mittelpunkt meines Lebens. Dass das dann darin münden würde, das war mir am Anfang auch nicht klar. Und dass dieses so nett sein zu anderen und immer die Bedürfnisse von anderen befriedigen wollen, so der kleine Pferdefuß meines Lebens war, das ist mir auch erst im Laufe dieses Prozesses klar geworden. Und dann poppte ein ganz alter Satz von Frank Elstner, der Legende wieder hoch, der einst Ende der 90er bei mir zu einem Casting gesagt hat, Herr Nomsen, Sie sind zu nett. Das muss man sich vorstellen, ich war damals Mitte, Ende 20, ich war im Lokalfernsehen in München und plötzlich kommt ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Anruf war oder ein Brief, ich glaube, es war ein Anruf als erstes, von Frank Elstner und sagt, er lädt mich ein zu einem Casting nach Köln. Du fährst von München auch hin, bist total aufgeregt, hast dich vorbereitet, denkst du, du hast abgeliefert, hast toll moderiert. Ich fand mich als Moderator immer schon klasse, auch wenn das im Rückblick manchmal am Anfang natürlich katastrophal war. Aber da dachte ich, ich hätte abgeliefert. Und dann sagt er zu mir, Herr Nomsen, Sie sind zu nett, ein zu wohlerzogener junger Mann. Und das poppte eben dann im Laufe der Arbeit an dem Buch wieder hoch. Das ist irgendwie ein ganz cooler Titel, der es irgendwie auch zusammenfasst, natürlich auch ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint ist. Aber der Weg daraus war für mich und was die Dinge angeht, die in meinem Leben passiert sind und immer noch passieren, wirklich ein ganz, ganz entscheidender Schritt, vieles zu verändern. Du hast gerade gesagt, dass der Tod deines Vaters für dich so eine Art Wendepunkt war. Der Wendepunkt. Der Wendepunkt. War das ein überraschender Tod oder konntest du dich darauf vorbereiten? Eigentlich für Mediziner würde man sagen, war es nicht sehr überraschend. Und für mich selber war es doch überraschend, weil ich ja auch jemand bin, der wie unsere ganze Familie oder zumindest mein Bruder, meine Mutter und ich, wir haben gedacht immer, das schafft der, das schafft der. Und die Krankheit kam um den Jahreswechsel. Im Dezember war irgendwie so die erste Untersuchung, die nicht ganz so gut aussah. Dann war Weihnachten, Silvester. Dann sagten wir, jetzt geh doch mal zum Arzt und lass das nochmal genauer checken. Und dann war die Diagnose noch niederschmetternder. Aber es geht, da gibt es Menschen, die kommen da raus. Und da gibt es die erste Therapie und die zweite Therapie. Und das Jahr fing mit so einer dramatischen Nachricht an. Und das war der Punkt, wo ich schon gedacht habe, du musst jetzt einfach mehr Zeit auch wieder mit deiner Familie verbringen, weil ich wirklich Jahre in erster Linie Arbeit kannte. Und klar, Weihnachten und Ostern und vielleicht mal in den grunden Geburtstagen. Aber ansonsten stand immer bei mir Arbeit ganz oben. Und ich habe glücklicherweise dann noch viel Zeit auch mit meinem Vater verbringen können. Und ich weiß noch, zwei, drei Wochen vor seinem Tod waren wir noch gemeinsam in Österreich im Urlaub bei der Tante. Und alles war gut. Und ich habe schon bei der Verabschiedung gemerkt, mein Onkel ist Arzt. Und der weinte dann, als er meinen Vater in den Arm nahm. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es doch ernster, als man denkt. Und dann waren wir zurück in Deutschland. Ich habe wieder gearbeitet. Und dann hatte ich nochmal frei und bin zu meinen Eltern, die wohnen in der Nähe von Ansbach. gefahren und habe dann nochmal ein Wochenende mit denen verbracht. Und dann hatte ich eine Woche frei nochmal. Und ich dachte, ich brauche mal Urlaub. Ich muss auch mal wieder so die eigenen Kraftreserven auffüllen. Und bin dann zurück nach Düsseldorf am Montag. Und ich weiß noch genau, wie dieser Dienstag verlaufen ist. Ich wollte unbedingt einen Urlaub machen, einen kurzen Urlaub irgendwo, wo es schön ist, wo man die Batterien auftankt, einfach mal die Seele baumeln lässt. Und ich habe wirklich den ganzen Tag keinen Urlaub gefunden, der mir Freude gemacht hätte. Oder wo ich gedacht habe, das ist es ja. Und ich weiß noch, es war nachts 23.30 Uhr. Und ich habe den ganzen Tag versucht, einen Urlaub zu finden. Das ist irgendwie auch schon ein bisschen komisch. und ging dann einfach ins Netz und habe einen Flug nach Nürnberg gebucht. Und bin am nächsten Morgen um 6 Uhr oder um 6.20 Uhr nach Nürnberg geflogen. Habe mir ein Mietauto genommen und sitze im Auto und rufe meine Mutter an und sage, ja, wie geht es denn dem Papa? Und dann sagt sie, gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, mach dir nichts draus. Ich helfe dir jetzt gleich. Ich bin im Auto. Ich bin 20 Minuten da. Und dann kam mir die Tränen. Und dann wusste ich, das ist jetzt, irgendwie ist da was im Busch. Und ich habe dann tagsüber versucht, also muss man ja vieles organisieren, wenn jemand sehr krank ist, Medikamentenplan. Und vielleicht jemand, der eine Infusion gibt, weil er so ein bisschen dehydriert war. Und dann war ich den ganzen Tag am Organisieren. Und mittags sind wir mit ihm nochmal zum Arzt gefahren. Und dann hat er seine Infusion bekommen. Und dann sagt der Doktor, kommen Sie nochmal rein. Und meine Mutter und ich sitzen bei ihm. Und dann sagt er, sie wissen schon, dass ihr Mann bzw. ihr Vater in den nächsten Tagen sterben wird. Und das war für uns ein Ding der Unmöglichkeit. Wir konnten gar nicht damit umgehen. Und wir sind dann, weil die Infusion dauerte ja so ein, zwei Stunden. Und dann sind wir spazieren gegangen, waren im Park in Ansbach, saßen auf einer Bank, die Sonne schien. Und meine Mutter guckt mich an und sagt, was hat der jetzt gerade gesagt? Und dann sage ich, ich glaube, der hat gesagt, dass der Papa stirbt. Und dann sagt sie, das kann doch gar nicht sein. Und dann sagte sie, wir sind doch jetzt 50 Jahre zusammen. Und dann dachte ich, ja mein Gott, das hatte ich in meinem Leben natürlich noch nicht geschafft. Und dann dachte ich, Gott, ja, das stimmt. Und dann sind wir wieder nach Hause. Und am Abend war er eigentlich noch ganz fit und legte sich hin und sagte noch, mach oben den Fernseher an. Gleich gibt es so Fußball und so. Sag ich, wie Fußball? Sag ich, ja, die Bayern spielen doch gegen Paris. Champions League. Sag ich, ja genau, machen wir. Und ich mache den Fernseher oben an, er legt sich noch mal kurz hin. Und dann rief mich schon meine Mutter und dann habe ich den Notarzt gerufen. Und dann ist es innerhalb von Minuten passiert. Und dann aber dabei zu sein und zu sehen, wie meine Mutter auch mit ihm umging in diesen letzten Minuten, was sie zu ihm gesagt hat, das hat noch mal ein ganz anderes Licht auf diese Beziehung meiner Eltern geworfen, dass ich so gar nicht kannte und mir so in der Form gar nicht so bewusst war. Und dann dabei zu sein, wenn jemand aus dem Leben geht und dann noch der eigene Vater, wo man dachte, der geht nie. Das war ein lebensverändernder Moment einfach. Weil man auf der einen Seite ist man total hilflos und auf der anderen Seite dann auch irgendwie, dieser ganze Abend war dann auch irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber das ist, es war dann dunkel, die Fenster waren auf. Meine Mutter holte dann die Taufkerze meines Bruders, die haben wir angemacht. Dann kam der Pfarrer und dann kam die Frau von der Diakonie. Und irgendwie war es, also es fühlte sich auf der einen Seite natürlich schrecklich an, weil es so traurig war und auf der anderen Seite so schön, weil es so rund war. Und er zu Hause im Kreise seiner Lieben und so. Und am nächsten Tag ist mein Bruder mit den Kindern gekommen. Und man konnte sich so langsam peu a peu irgendwie verabschieden. Und ich war dann in den nächsten Tagen immer so, weil ich hatte ja eigentlich Urlaub. Und dann war es natürlich so, dass man sich um die Trauer, die eigene Trauer kümmert, die der Familie und auf der anderen Seite organisieren. Und ja, es waren einfach Tage, die ich so nicht vergessen werde. Und bei denen natürlich auf der einen Seite die Trauer war und auf der anderen Seite auch der Blick aufs eigene Leben. Und zu sagen, okay, jetzt hast du gesehen, das eigene Leben ist endlich. Was willst du eigentlich mit deinem Leben? Was hast du eigentlich mit deinem Leben bisher gemacht? Wo bist du eigentlich gelandet? Und mit was für Träumen und Wünschen bist du eigentlich in dieses Leben reingestartet? Und da ist so innerlich total viel passiert bei mir. Danke fürs Teilen. Ja, ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach den Menschen zu sagen, dass der Tod zum Leben gehört. Und die Sequenz ist, glaube ich, auch im Buch so eine derjenigen, an der ich am meisten überlegt habe, wie viel Traurigkeit verträgt dann auch so ein Buch, das ja eigentlich eine sehr positive Grundstimmung vermitteln will. Aber wie wichtig ist es auch einfach zu sagen, okay, der Tod gehört zum Leben und man muss das einfach annehmen. Und meine Angst vor dem Tod ist seitdem irgendwie nicht mehr so wie vorher. Also ich glaube, dass das wirklich einfach dazu gehört. Und für mich war es dann der Moment, wo ich gedacht habe, ey, dein Vater hatte jetzt nicht die besten Voraussetzungen, um in dieses Leben zu starten. Natürlich auch Kriegskind. Der musste eine Landwirtschaftslehre machen, weil die Familie nach der Flucht hoffte, irgendwann den Hof im Osten wiederzubekommen. Das hat dann nicht geklappt. Dann hat er auf eigene Faust ein Abi nachgemacht, hat studiert, wollte unbedingt irgendwie zur Bundeswehr dann, hat dann sein Studium abgeworfen und gesagt, ich mache jetzt das und hat da eine erfolgreiche, erfüllende Karriere gemacht, hat sich seine Familie aufgebaut und hatte das Leben, das er wollte. Und bei mir ist das eigentlich nur in einem Bereich der Fall gewesen. Als Moderator hatte ich so meine Träume vom Radio wahrgemacht. Ich war beim Fernsehen gelandet, aber links und rechts blieb einfach viel auf der Strecke. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als du dann wieder irgendwann nach Hause gefahren bist? Und du ja wahrscheinlich als ein ganz anderer Mensch wieder nach Hause gefahren bist, als der Mensch, der damals dachte, ich fahre mal kurz nach Ansbach und mache da meinen Urlaub. Was würdest du sagen, hat sich in dir verändert? Ne, ich wollte ja erst gar nicht fahren. Ich gesagt habe, jetzt bleibe ich erstmal hier, jetzt sage ich erstmal die nächste Woche ab, weil das war ja dann quasi eine halbe Woche. Vater ist Mittwoch gestorben und ich habe am Montag wieder Sendung gehabt. Und ich sagte zu Mama, ja, ich sage das jetzt ab. Da sagte meine Mama, na warum? So, ja, hier ist ja, du bist doch alles organisiert. Vielleicht hilft dir das. So, der Vater ist doch auch als seine Mutter, der Vater hat auch gearbeitet, das hilft manchmal. Und dann sage ich, ja, das ist halt so, dass man zieht durch, ne? Und dachte ich, vielleicht hilft es wirklich. Und so, der Vater hat das doch auch so, das ist alles in Ordnung. Okay. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht hilft mir das auch. Und das hat mir in der Tat total geholfen. Weil ich plötzlich wieder in so einem Modus drin war, da wusste ich, was ich mache, das kann ich, die Abläufe waren alle klar. Das war im besten Sinne die nötige Ablenkung. Und ab Mittags konnte ich ja dann sowieso wieder organisatorisch eingreifen. Es war ja viel zu regeln dann auch mit meinem Bruder und so. Und am nächsten Wochenende war ich dann eh wieder da. Also von daher hat es sehr geholfen. Es war natürlich irgendwie ganz komisch, weil ich damit natürlich niemandem zur Last fallen wollte, mit dem, was ich so mit mir rumschleppte. Und dann auch gar nichts gesagt habe. Und die Menschen, die dann aber eng mit einem zusammenarbeiten, die kennen einen ja auch. Und die sagten dann nach zwei, drei Tagen, sag ich mal, irgendwas ist hier anders, ja? Und dann sagte ich es denen auch. Und das hat dann auch irgendwie gut getan, das irgendwie so rauszulassen. Und was mir in den Tagen eben auch geholfen hat, ist mit ganz vielen Freunden einfach zu telefonieren und auch Familienmitgliedern, die man nicht so oft sieht. Und dann auch insofern irgendwie Teil dieser Familie zu sein und zu wissen, dass diese Last oder diese Trauer sich dann auch auf viele verteilt. Das hat dann irgendwie auch ganz gut getan. Und das muss ich ehrlich sagen, auch die ganze Zeit danach, habe ich nochmal auch einen ganz anderen Blick auf die Familie bekommen. Also das hat sich auch verändert. Und als ich dann in Düsseldorf war, habe ich mir auch gedacht, bei uns ist diese Trauer und dieser Abschied hat sich auf eineinhalb Wochen verteilt. Auch am nächsten Tag, als ich noch da war, die Tage, kamen jeden Tag Nachbarn, Bekannte. Da dachte ich mir, wie ist das eigentlich in so Großstädten, wenn jetzt jemand nicht mehr so viel Familie hat, alleine geht oder vielleicht nur einen Angehörigen hat und der hat dann nicht so diese Verbindungen. Ich glaube, es ist total wichtig für uns, einfach so eine Gemeinschaft zu haben, in der wir uns geborgen fühlen und die einen auch dann mitträgt. Also da, glaube ich, ist noch viel zu tun, weil es, glaube ich, viel zu viele gibt, die einfach alleine unterwegs sind. Du hast vorhin gesagt, dass einer der Dinge, die dir bewusst geworden sind, als dein Vater gestorben ist, wie wertvoll er dieses Leben ist und dass ganz viele Wünsche und Träume, mit denen du gekommen bist, dass du sie gar nicht gelebt hast bis dahin. Was war das zum Beispiel? Also das waren einfach so Dinge, die im Laufe der Zeit dann irgendwie so unter die Räder kamen. Also ich wollte immer natürlich auch eine Familie haben, weil Familie halt so eines der Dinge ist, die ich schon als Pimpf immer genossen habe. Familienfeste und so. Das waren die Gelegenheiten, wo ich mich auf eine Kiste gestellt habe und irgendwie Gedichte rezitiert habe, wo ich versucht habe, die zu entertainen. Und das waren immer große Plätze der Geborgenheit, die Häuser, in denen die Tanten gewohnt haben oder wenn man bei der Oma in der Wohnung war. Also diese Vorstellung, als alter, weiser Mann irgendwann auf der Veranda zu sitzen und seine Enkel im Arm zu halten, die hatte ich schon irgendwie als 7-, 8-Jähriger. Das muss cool sein, irgendwann so selbst zu sein, vielleicht wie Opa. Das blieb auf der Strecke. Ich wollte immer Musik machen. Das hatte ich zwar gemacht, als ich Teenie war, hatte ich angefangen, Gitarre zu spielen, auch in mehreren Bands. Aber da war es dann so, du hattest immer einen der Band, der gerade nicht konnte und keine Lust hatte, die letzte extra Meile zu gehen. Und um da wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du eben so eine Gruppe. Und dann hatte ich natürlich das große Glück, in meinen Radio- und Fernsehsendungen immer wieder mit Stars Musik zu machen, was mir auch große Freude gemacht hat. Aber so die eigene Musik voranzutreiben oder vielleicht sogar selbst zu singen und so, da war keine Energie dafür da. Und das hätte ich mich irgendwie auch nicht getraut. Ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich hatte tausend Ideen, aber die nie verwirklicht. Und das war so generell mein Ding. Immer viele Ideen haben, okay, aber die nicht durchzuziehen. Und da fehlte mir immer irgendwie noch das letzte Quäntchen Kraft, Glück, Zeit, Umstände, um irgendwelche Dinge ins Ziel zu bringen. Und das hat nie geklappt. Und dann war mein Vater gestorben. Und ich dachte mir, du musst jetzt mal anfangen, dich so ein bisschen um dich zu kümmern. Und habe angefangen, Dinge einfach aufzuschreiben, die ich gerne machen würde. Das war so, glaube ich, einer der ersten Schritte, auch generell, die dann in den vier Jahren danach gefolgt sind, wo ich mir immer wieder denke, ich muss es einfach mal aufschreiben. Weil in meinem Kopf manchmal so viele Ideen waren, die sich gegenseitig blockiert haben. Und da war irgendwie Chaos. Und dieses Chaos regelte sich nur, wenn ich wusste, okay, du bist jetzt da, du bereitest jetzt irgendwie eine Radio- oder Fernsehsendung vor. Dann machst du diese Fernsehshow und danach darfst du wieder heimgehen. Und alle sind glücklich. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer, der Sender und du auch, weil mir macht Moderieren ja einen tierischen Spaß. Aber bei anderen Dingen, da habe ich dann irgendwie, fehlte mir der Rahmen und so. Und dann habe ich die alle aufgeschrieben. Mein Büro ist noch heute ein Hort voller Post-its, weil ich mir das alles auf Post-its schreibe. Und dann klebe ich die irgendwo hin. Und dann habe ich so kleine Wände, da klebt das dann alles drauf. Und dann habe ich mal so die Idee für das erste Buch so runtergebrochen. Weil ich gedacht habe, also Erfolgsmenschen ist ganz gut. Du triffst dich einfach mit Stars und Menschen, die dir im Laufe deines Arbeitslebens begegnet sind. Und guckst mal, was ist eigentlich Erfolg für die und erlebst mit denen Dinge. Gehst mit Henssler kochen, triffst die Skorpions irgendwie nochmal im Studio. Und gehst mit der Olympiasiegerin fechten und so. Und da hatte ich ja glücklicherweise im Laufe meines Arbeitslebens viele Menschen kennengelernt. Und ich hätte ihn nicht gefragt, ob ich dachte, okay, machen wir. Und daraus ist dieses Buch entstanden, das für mich nochmal einen ganz neuen Erfolgsbegriff auch kreiert hat. Weil für mich der Erfolg auch lange war, einfach goldene Platten, gute Zuschauerzahlen. Oder vielleicht auch irgendwie Geld verdienen, das einen frei macht. Und ich dachte immer, das ist auch vielleicht der Antreiber für viele, die es dann richtig geschafft haben. Und dann zu sehen, dass es genau das nicht ist. Was ich ja auch immer mal wieder gelesen hatte in irgendwelchen Büchern. Aber das dann nochmal aus erster Hand zu hören und zu sagen, nee, wir haben einfach Musik gemacht mit den Skorpions. Wir haben in jedem Loch gespielt. Und war froh, dass ich irgendwie den Bus, mit dem ich irgendwie Pflanzen ausgefahren bin für eine Gärtnerei, auch als Bandbus benutzen konnte, wie mir Klaus Meine dann erzählt hat. Und da war die Leidenschaft im Vordergrund. Und einfach Dinge tun, um des Machens willen, weil sie dich selber irgendwie glücklich machen. Und dann dachte ich, ja, okay, es ist dieses Dinge einfach machen. Und ich hatte es ja dann mit dem ersten Buch selbst erlebt. Also man muss einfach irgendwas machen. Und das macht dich dann irgendwie mega glücklich. Und da dachte ich mir, ja, dann könntest du vielleicht auch mal dieses Traumbild von Ingo in New York mal in Angriff nehmen. Und habe mich aber gar nicht getraut, vier Wochen Urlaub zu nehmen. Weil das Längste, was ich hatte, war mal zwei Wochen. Ich weiß, ich habe in den Jahrzehnten vorher, ich war mal fünf Tage in Peking. Ich war mal sechs Tage in der Karibik. Und ich war mal auch sechs Tage in Alaska und habe die Bären besucht und so. Aber das waren immer so Kurzurlaube, weil ich mich gar nicht getraut hatte, länger Urlaub zu nehmen. Weil ich immer dachte, da ruft vielleicht dann jemand an und sagt, er hat noch einen tolleren Job. Oder du kannst doch die Leute nicht hängen lassen. Du kannst doch nicht und das geht doch nicht und so. Und dann sage ich, nee, das muss jetzt gehen. Und habe so einen Urlaubszeitraum definiert. April 2018 ist New York. Oder 2019. April 2019 ist New York. Und dann kam natürlich wieder ein Job rein. Und ich so, nee, April 2019 ist New York. Und habe dann den Job abgelehnt, was irgendwie auch echt eine schlaflose Nacht noch war. Und dann bin ich vier Wochen nach New York und habe mich da einfach mal reinfallen lassen. In dieser Welthauptstadt des Entertainment. Und ich beschreibe das ja auch im Buch. Das war in erster Linie einfach mal nichts erleben. Einfach gucken, was es so an Energie gibt. Und nicht diese Touri-Ziele abklappern. Nicht jetzt in jedes Musical rennen. Das hatte ich alles irgendwie vorher schon gemacht, als ich immer in New York war. Aber eben immer nur ein paar Tage. Und jetzt war plötzlich New York so mein Leben für vier Wochen. Und dann habe ich plötzlich Unterricht genommen. Und ich dachte, New York bietet so viel. Und da sind ja wirklich großartige Lehrer. Du kannst da alles lernen, wenn du willst. Und auch in der Umgebung lernen, wo keiner sagt, was bist denn du für einer? Sondern alle sind da, um irgendwie das Gleiche zu lernen und das Gleiche zu machen. Und jeder unterstützt sich irgendwie gegenseitig. Das kannte ich so in der Form in Deutschland auch nicht. Weil bei uns immer doch noch ab und zu, ich finde glücklicherweise, ändert sich da gerade auch viel. Aber immer dieser Gedanke noch da ist, ich bin hier in der Schublade, du bist in der Schublade. Was willst du jetzt hier in meinem Bereich? Und dort war es so, da saß ich dann in Drehbuchseminaren mit irgendeiner, die hatte gerade einen Hollywood-Film geschrieben. Und eine Hausfrau aus Texas. Und alle wollten Drehbuch schreiben. Und als ich die rechtsnehmende fand, was hast du so gemacht? Sie hat gesagt, ja, ich habe gerade einen neuen Kinofilm mit Kevin Bacon geschrieben. Und dann sagt die, was machst du? Ich sage, ja, ich bin Journalist und Moderator aus Deutschland. Da sagt sie, ah, und du schreibst jetzt Drehbücher? Und ich so, nee, ich bin jetzt erstmal hier, um zu lernen. Aber für die war völlig klar, jeder, der da ist, macht das jetzt einfach. Und sowas hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Da war der eine Journalist, der andere war Moderator, der andere war vielleicht Comedian und der andere Musiker. Aber dass sich jetzt alle gemeinsam um Entertainment kümmern, das war irgendwie nicht so klar. Bei denen war das alles selbstverständlich. Und dann bin ich irgendwann, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe mir ein Telefonbuch geschnappt und habe gesagt, was kann man hier eigentlich alles lernen an Entertainment? Hier kann man Schauspielunterricht nehmen, super. Hier kann man Comedy-Writing machen. Ah, da dachte ich, Comedy ist auch was, was mich total interessiert. Dann nimmst du doch da einfach mal so einen Kurs und habe da angerufen und gesagt, ich würde gerne auch so einen Kurs machen. Und dann sagte die, ja, normalerweise sind unsere Kurse gehen über drei Monate. Ich sage, ja, das ist ja blöd, weil ich bin ja nur einen Monat da. Ja, dann sagte die, ja, Moment mal, vielleicht kann ich dir, Amerikaner sind ja auch sehr zuvorkommend und viele sagen immer, die sind nur freundlich und alles ist how are you und mir geht es gut und alles ist awesome. Aber es ist natürlich ein anderes Grundgefühl, weil es irgendwie einfach, finde ich, ein schöneres Grundgefühl ist, als es geht leider nicht, können wir leider nicht machen. Und dann hat die nach ein paar Stunden wieder angerufen und sagte, ja, ich habe dir jetzt mal hier so ein Schedule gemacht für zwei Wochen. Kannst du jetzt mal alles so kompakt? Ich sagte, ja, das ist doch super. Und dann bin ich da hingefahren und dann saßen in diesen Runden, in diesen Workshops auch echt nur Comedians, die da auch arbeiten, die sich aber permanent weiter fortbilden und so. Und das war eine total klasse Umgebung. Und dann habe ich da auch mein Zeug geschrieben. Und dann sagte der Coach in dem Kurs, ja, ja, dann spiel es jetzt mal. Und da war vorne ein Mikrofon und ein kleiner Verstärker. Und dann sage ich, wie jetzt? Ja, dann erzähl das jetzt mal denen, dann können wir mal gucken, ob jemand lacht. Da dachte ich, ja, sorry, ja gut. Und dann bin ich da vorgestolpert und dann sage ich, ja, hi, weil sich jeder immer so mit einem Satz vorgestellt hat. Hi, I'm Ingo, I'm from Germany and I'm trying to be funny. Ja, ich versuche jetzt mal lustig zu sein. Und das fanden die irgendwie ganz funny. Und das gab mir dann natürlich auch das Selbstbewusstsein, okay, die paar Sätze, die ich dann noch hatte, zu sagen. Und das fanden die auch ganz lustig. Und dann arbeitet man da ja gemeinsam an seinen Sachen und so. Und dann zwei Tage später sagt er, du, Freitag ist eine Comedy-Show. Im Gossam Comedy Club von uns, da hätten wir gerne jetzt deine sieben Minuten. Ich so, Gott, sieben Minuten? Gossam Comedy Club, auch so einer der alteingesessenen Comedy-Clubs in New York. Und dann sagt ich, ja, machen wir. Und dann habe ich mir das da zusammengezimmert und dann bin ich da Freitagabend hingefahren. Und dann geht man ja in die Clubs immer so runter in diese Comedy-Keller und so. Und überall an der Wand hängen so die Bilder von den Comedians, die da aufgetreten sind oder immer noch auftreten. Die ganzen großen Amerikaner und ich würde mit jeder Treppe nach unten, würde ich immer kleiner. Und dann habe ich da meinen Auftritt gemacht und die Leute haben gelacht. Und das gibt auch online noch den Auftritt auf meiner Homepage, weil das der einzige Auftritt war, den ich auch aufnehmen konnte. Und ich habe gesagt, das ist mein erster Auftritt, den würde ich gerne aufnehmen. Normalerweise sind die da ein bisschen picky, weil die haben Angst, jemand nimmt was auf und klaut dann irgendwelche Gags oder so. Aber ich war der einzige Deutsche und habe ja da so Gags über meine Perspektive auf New York gemacht. Und das fand ich ganz lustig. Und danach kam einer der Coaches von diesem Comedy-Institut und sagte, Dedo, ich habe morgen noch eine andere Comedy-Show, da könnte ich dich jetzt auch noch mit auf die Liste packen. Hast du Lust? Und ich so, ja klar, weil das hatte mir total Spaß gemacht. Und bei der Comedy-Show war dann ein australischer Comedian, der da mit dabei war und sagte, ja, ich mache hier auch meine eigene Comedy-Show, könntest du da auch auftreten? Und ich so, ja, wir hatten es morgen Abend da und da. Und dann bin ich jeden Abend quasi in einem anderen Comedy-Club aufgetreten, in einer anderen Comedy-Show. Und das war so beflügelnd, also das hat mir so viel Kraft gegeben. Also ich bin jeden Abend zurückgeschwebt nach Brooklyn und dachte mir, ey, es ist Wahnsinn. Und dann nimmst du plötzlich ja auch, wenn du in so einer anderen Umgebung bist, Dinge ganz anders wahr. Ja, also dieses Brownstone war in der Gegend von Brooklyn, Batstoy heißt es, da ist irgendwie Jay-Z her, da sind diese ganzen Rapper her und da hast du auch jeden Tag auf der Straße. Es ist jetzt nicht so ganz so safe, also man sollte eigentlich, sagten dann die, die es vermietet haben, nach zehn nicht mehr zu Fuß und so alleine, ist ein bisschen schwierig. Und machst du dann natürlich trotzdem, wenn du da einen Monat bist. Aber du siehst halt ständig Leute, die Beats in der Hand haben und dazu rappen auf der Straße. Oder die nachts durch die Gegend fahren mit ihren tagsüber umgebauten Subwoofern hinten im Auto und dann nochmal richtig die Kiste aufdrehen. Und dann bist du natürlich auch plötzlich in so einer Macherlaune und denkst dir, oh, kannst ausprobieren und mal gucken, was hier und hier passiert und so. Und das war total toll, weil ich dann am Abend vor meinem Rückflug bin ich aufgetreten im Broadway Comedy Club, auch so ein ganz alteingesessener Club mit Leuten, die, was weiß ich, die Moderatorin stellte dann irgendwie, die der Reihe nach vor und sagte, ja, er war gerade noch bei Jimmy Kimmel, auch so eine amerikanische Late-Night-Show. Der nächste war gerade noch bei Jimmy Fallon in der Late-Night-Show. Der andere hatte ein eigenes HBO-Special. Und dann der Typ vor mir hatte America's Last Comic Standing irgendwie gewonnen, so eine Art DSDS für Comedians in Amerika. Und die durften natürlich alle irgendwie so eine Viertelstunde oder 20 Minuten machen. Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagte, ja, du bist der nächste, how should I introduce you? Ja, also was soll ich sagen, damit ich dich gut vorstelle? Und dann dachte ich, oh Gott, sag einfach Ingo from Germany. Und das hat die dann gemacht und das hat auch gut funktioniert. Und danach standen wir dann rum vor dem Club. Und wenn da noch Leute kommen und sagen, hey, you nailed it. Ja, also du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, das hat gut funktioniert. Dann macht dich das natürlich auch sehr stolz irgendwie und freu dich. Da habe ich eine Frage zu, weil ich höre es gerade in meinen Ohren klingeln, dass viele, die gerade zuhören, glaube ich, oft auch diese Thematik haben, die würden sowas auch gerne machen. Und die trauen sie sich? Ja, oder vielleicht trauen sie sich aber in dem Moment, wenn man dann, ich stelle mir gerade vor, du stehst hinter der Bühne, ein super Comedian nach dem anderen wird da angekündigt. Da geht ja im Kopf das absolute Bullshit-Bingo los, oder? Wie gehst du damit um? Das geht bei mir eigentlich bei allen Dingen los. Jetzt muss ich ehrlich sagen, nach den Entwicklungen der letzten vier Jahre nicht mehr ganz so wie früher. Aber ich kann mich nie erinnern an Lampenfieber. Also die Diskussion habe ich ja in meinem Podcast oder in meinen Fernsehsendungen früher auch immer wieder gehabt. Und wenn ich mit Leuten spreche, die erfolgreich sind, gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der wirklich sich nicht auf die Bühne traut. Aber wenn er dann auf der Bühne ist, ist alles wie verflogen. Ich habe dieses Lampenfieber in der Form nicht, dass ich jetzt vorher zittrig hinter irgendeiner Bühne stehe. Und das hatte ich auch da nicht in den Comedy-Clubs. Vor diesem ersten Auftritt wusste ich ja, ich habe mich vorbereitet. Also das ist immer so mein Ding. Okay, du hast ja, wie Rudi Carell früher, du musst wahrscheinlich den Nerven tun, damit du es irgendwie rausschütteln kannst. Dieses Ultralampenfieber habe ich nicht. Was ich immer habe, ist so eine gesunde Portion Adrenalin im Blühen. Und auch vor jeder Fernseh-Live-Show, auch vor jeder Radiosendung. Das ist immer da. Das ist auch jetzt da, wenn ich irgendwie meinen Podcast aufzeichne oder wenn ich irgendwie eine Wortverleihung moderiere und auf der Bühne stehe. Das ist immer da. Das ist auch jetzt vor unserem Podcast irgendwie. Das finde ich aber auch ganz gut, weil das noch so mal der Extraschub Energie ist. Und ich glaube auch, dass jeder, der irgendwas machen will, was er noch nicht gemacht hat, diesen Extraschub Adrenalin vielleicht braucht, um es dann wirklich zu machen und damit es dann auch diese Energie hat. Und das ist sicher noch mal eine andere Form von Energie, als wenn man irgendeine Geschichte dann ein paar Mal gemacht hat. Dann ist es noch mal was anderes. Aber ich glaube, die braucht es auch, um wirklich richtig gut zu sein. Und vielleicht brauchen einige, ich kann das nicht nachvollziehen, auch dieses Ultralampenfieber. Menschen, die ich kenne, die haben Schweißausbrüche hinter der Bühne und die sagen, warum mache ich das hier eigentlich? Ich weiß immer sehr genau, warum ich es mache, weil ich irgendwie total Lust drauf habe und weil es einfach so mein Ding ist, dann auch solche Sachen zu machen. Ich hatte das jetzt noch mal extrem letztes oder vorletztes Jahr, als ich angefangen habe, mit Musik auf der Bühne. Und ich hatte immer Gitarre gespielt, auch in vielen Bands und so, aber so allein auf die Bühne zu gehen und eigene Songs singen, da bist du, wie man dann immer wieder hört, wirklich nackig. Das bist ja nur du. Oder auch wenn ich jetzt meinen Soloabend mache, da stehe ja ich alleine und wenn es nicht gut ist, bist du einfach nicht gut. Und damit muss man irgendwie auch umgehen können. Dass halt eben dann keiner lacht, wenn man einen Stand-Up-Auftritt hat oder in irgendwelchen Mix-Shows, weil ich das jetzt auch in Deutschland wieder verstärkt mache, sofern es irgendwie Corona-bedingt irgendwie möglich ist. Einfach alles Mögliche ausprobieren. Gags ausprobieren, Geschichten erzählen ausprobieren, Songs ausprobieren. Und das hilft dann auch, Selbstbewusstsein zu haben, wenn es dann darauf ankommt, mit einer anderen Energie auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, es geht immer darum, Dinge einfach mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt reinfallen. Ich weiß, dass wirklich auch sehr erfolgreich, wie zum Beispiel irgendwie Max Giermann, der mich ja bei Switch parodiert hat. Mittlerweile verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut, schon ein paar Jahre. Und Max ist für mich nach wie vor der beste Parodist des Landes und ein Hammer-Schauspieler. Aber der sagt auch, jeder Auftritt ist für ihn ein Schritt ins Ungewisse. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, diesen Sprung da ins Ungewisse auch zu genießen. Und zu sagen, jetzt gucke ich mal, was passiert. Weil bei mir war es ja auch so, und letzten Endes ist ja das auch so eines der großen Learnings, die ich im Zuge des Prozesses, den ich in Hilfe ich bin, zu nett beschreibe, durchlaufen habe, dass man einfach auch diese Momente dann genießen sollte. Auch diesen Prozess genießen. Auch genießen, vielleicht auch mal Angst zu haben. Und zu sagen, okay, ich überwinde die jetzt. Auch mal genießen, zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit für die nächste Open-Mic-Show, was ich ja auch jetzt hier in Deutschland viel mache, einfach um neue, geschriebene Sachen auszuprobieren. Nicht super vorbereitet. Aber hey, ich gehe da jetzt einfach rein und ich genieße es einfach. Und vielleicht entsteht aus den Gedanken und Ideen, die ich hatte, dann auf der Bühne noch mal was ganz Neues. Und das ist total schön zu sehen, dass, ich habe früher auch zu vielen Gästen immer wieder gesagt, eine Fernsehshow ist keine Herzoperation. Also es stirbt niemand und so. Und es geht einfach darum, es zu machen und sich einfach mal irgendwie drauf einzulassen. Und mit der Haltung kommt man eigentlich immer weiter. Und da passieren ganz unglaubliche Sachen. Wenn man einfach sagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Ich mache es jetzt einfach. Ich weiß, neulich war in Krefeld Open-Mic und ich hatte so meinen Spot, wieder meine fünf bis zehn Minuten, um Dinge auszuprobieren. Und ich war zu Hause und dachte, oh Gott, du hast irgendwie, ah, du hast überhaupt richtiges Material. Und da sind irgendwie so ein paar Gedanken. Und dann, ach. Und dann sage ich, nee, komm, ich fahre jetzt hin und ich mache jetzt einfach mal. Und dann war die Halle auch voll und dann waren auch wieder tolle Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Und du guckst sie dir an und denkst dir, ja, ey, die haben einen Lacher nach dem anderen. Ey, wie soll das bloß werden? Und dann habe ich mir auch wieder gesagt, ja, was hast du nicht in deinem Buch geschrieben? Einfach mal rein und dich drauf einlassen und dann mach es doch einfach mal. Und du warst super. Und das ist dann wieder so eine Erfahrung mehr auf meiner Haben-Seite. Und ich kann wirklich jeden nur ermutigen, wieder Verantwortung für seine Träume zu übernehmen und denen ein bisschen Raum zu geben. Und ich habe ja gesehen, was passiert, wenn du in deinem Leben einfach mal sagst, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit. Im April ist New York. Jetzt mache ich es einfach mal. April ist New York. Und welche Türen sich plötzlich öffnen, weil du offen dafür bist. Und weil du einfach sagst, okay, lass das Leben mal passieren. Ist natürlich nie schlecht, wenn man auch ein bisschen vorbereitet ist. Also es sind ja dann meistens Dinge, mit denen wir uns gedanklich schon lange, wenn nicht Jahre oder Jahrzehnte beschäftigt haben. Also was es zum Beispiel meine Musik angeht. Seit ich Musik höre, seit ich Gitarren habe und übe, seit ich 14, 15 bin, würde ich gerne auch mal selber singen. Habe mich aber nie getraut, in irgendwelchen Rockbands von hinten mal mitgegrölt. Und ich weiß, dass ich auch in Fernsehshows immer in erster Linie wollte, dass ich andere begleite, damit die dann singen. Ich hatte natürlich auch immer gute Sängerinnen und Sänger da, aber mitsingen habe ich mich nicht so richtig getraut. Und ich hatte eine Erfahrung mit den Baseballs, eine super Liveband auch, und uns verbindet jetzt nun schon länger eine ganz gute Freundschaft. Und die haben irgendwann gesagt, komm, als Special Guest mit auf Live-Tour und dann kannst du eine Nummer mit uns singen. Und ich leichtfertig auch Ja gesagt. Und dann war Ewer Köln, war der erste Abend, 2700 Menschen. Wir haben am Nachmittag Soundcheck gemacht. Und dann dachte ich, oh Mann, ja, heute Abend ist der Laden voll. Und ich konnte meinen Text, und Gitarre spielen kann ich ja auch, aber singen, und so eine Rock'n'Roll-Nummer, 20 Flight Rock, eine ganz, ganz alter Klassiker. Übrigens die Nummer, mit der John Lennon bei Paul McCartney vorgespielt hat, für die Beatles. Ist aber keine Beatles-Nummer, sondern eine alte Eddie Cochran-Nummer. Und dann kommt der Abend, die Halle ist voll, die Leute am Abgehen. Ich habe mir noch so eine tolle frisiert, und dann sitze ich da hinten und denke, ey Mann, und hatte kurz so den Anflug von einem, warum tust du dir das hier an? Und dachte ich mir, aber das wird bestimmt cool. Und dann wird es natürlich auch super. Also es war dann auch cool. Und es war genau diese extra Portion Adrenalin, die ich brauchte. Und es hat dann so gut funktioniert, dass später, als ich den Lea-Award moderiert habe, haben wir genau die gleiche Nummer zusammen gemacht. Und dann noch eine andere, ich glaube, Umbrella haben wir danach noch gemeinsam gemacht. Und als ich den Bundespresseball moderiert habe, haben wir die Nummer auch gemacht. Und ich weiß noch, der Bundespräsident tanzte mit seiner Frau, und ich sang. Das war natürlich auch irgendwie ganz lustig. Also nehmt das selber in die Hand, euer Leben. Und lasst euch nicht von anderen, und manchmal auch von euch selber ins Boxhorn jagen. Ich würde gerne nochmal auf die zentrale Message von dem Buch zurückkommen. Weil du hast vorhin auch einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand. Als du zurück zu deiner Arbeit gegangen bist, nachdem dein Vater gestorben ist, wolltest du niemandem zur Last fallen. Mit deinem Schmerz, mit dem Verlust, und mit deinen Gefühlen, und mit dem eben nicht immer gut drauf sein, sondern eben auch einfach mal, mir geht es gerade nicht gut. Also mit dem eigenen, wahren Ich sozusagen, den anderen nicht zur Last fallen. Und das ist, glaube ich, was gewesen, was bei mir in meinem Leben nicht nur dafür galt, den anderen nicht mit Schmerzen zur Last zu fallen, oder mit Trauer, und den anderen auch nicht mit den eigenen Träumen zur Last zu fallen und mit den eigenen Wünschen und mit den eigenen Bedürfnissen. Also einfach nicht zur Last zu fallen. Nicht zur Last zu fallen, genau. Sondern einfach immer in erster Linie die Wünsche und Bedürfnisse von anderen zu befriedigen. Das war, und das ist ja auch wirklich dann im Zuge des Buches zu Tage getreten, das war in meiner Kindheit begründet. Weil meine Kindheit, eine Kindheit war voller Friede, Freude, Eierkuchen. Bei uns gab es keinen Streit. Also wir waren glücklich. Ja, das glauben mir dann viele immer nicht. Aber ich glaube, jeder, der das Buch liest, versteht es dann auch. Weil mein Vater, wie meine Mutter eben auch, beide sind mit ihren Familien im Zuge des Krieges auf der Flucht gewesen. Meine Großeltern wollten dann auch einen Hort des Glücks zu Hause haben. Gerade Oma und Opa in Fürth, also im Frankenland, die wollten ein schönes Zuhause bieten. Schon ihren Kindern dann nach dem Krieg. Also bei meinen Großeltern in Fürth war immer Halligalli. Da hat sich die Jugend im Wohnzimmer getroffen, in der Straße. Und ist von dort aus in die Jazzclubs gezogen. Wenn es zu lang wurde, hat meine Oma den Hund gepackt und hat die alle wieder nachts eingesammelt. Aber die dürften da auch alles. Und genauso war es bei uns zu Hause. Ich konnte alles machen. Auch wenn meine Eltern irgendwie finanziell jetzt nicht den großen Rahmen hatten, die haben einfach versucht, alles möglich zu machen. Ich konnte ein Instrument lernen. Ich konnte jede Art von Sport machen, die ich wollte. Ich habe Handball, Basketball, Tennis, Fußball. Wir haben wirklich alles durch. Ich habe immer die besten Lehre gekriegt. Meine Eltern haben mir jahrelang Schauspielunterricht finanziert in München, als ich das unbedingt wollte als Teenie. Ich bin da immer nach München gefahren und habe Schauspielunterricht genommen und dann auch meine ersten Jobs da gemacht. Also die haben wirklich alles möglich gemacht und es gab einfach keinen Stress. Und diese Mantras meiner Mutter, Kinder, wir wollen doch keinen Streit und bitte immer schön brav sein, Das sind so zwei von vielen Glaubenssätzen, die ich einfach mit ins Erwachsenenleben genommen habe. Und da waren die dann natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Wie hast du die für dich gedreht bekommen? Oder hast du sie für dich gedreht bekommen? Also ich würde sagen, dass ich für mich einen guten Weg gefunden habe, damit umzugehen, weil ich versuche ja immer noch freundlich zu bleiben. Und ich plädiere auch dafür, dass man wirklich Selbstverantwortung für sein Leben übernimmt und nicht sagt, alle anderen nutzen mich nur aus, ich kann mich hier gar nicht entfalten. Sondern ich glaube, es geht in erster Linie immer darum, sich selber irgendwie in die richtige Spur zu bringen. Und ich glaube, ich habe heute noch, ich nenne ihn Wadelbeißer, diesen ein oder anderen Moment, wo so ein alter Glaubenssatz wieder anklopft und sagt, naja komm, sag einfach zu, mach sie glücklich oder ja, sag, es ist schon okay für dich, wenn es eben nicht okay ist. Und witzigerweise, als das Buch finalisiert wurde, da gibt es ja dann Cover und ganz viele Entscheidungen zu treffen und macht man so oder macht man so. Und da waren auch so kleine Momente, wo ich dann dachte, naja komm, dann sagst du dann, dann macht es das so. Und dann dachte ich, nee, will ich aber nicht so. Und dann habe ich gesagt, ey, lass es uns doch so machen, es wäre für mich irgendwie feiner. Und dann, ja, dann machen wir es so. Und ich dachte, ja, stimmt. Und das sind immer diese Momente. Also schon als ich das für mich realisiert habe, dass diese Harmonie und dieser Drang, Konflikte zu vermeiden, in meiner Kindheit begründet ist, da gab es einen Moment, da dachte ich, oh Mann, mit was für einem schlimmen Schicksal, in Anführungsstrichen, bist du denn gesegnet? Du musst alles harmonisch haben, das ist doch furchtbar. Und diese Harmonie ist ja ganz grauenhaft in deinem Leben. Und dann habe ich glücklicherweise einen, wie ich ihn immer nenne, alten, weisen Mann in Hamburg gefunden, einen Coach, der das geschafft hat, im Rahmen eines Nachmittags das wirklich für mich zu drehen, dass ich diese Harmonie und dieser Wunsch, auch ein gutes Miteinander und ein freundliches Miteinander mit anderen zu haben, dass ich den als etwas Positives annehmen konnte, weil der gesagt hat, du, diese Harmonie und dieses Konflikte vermeiden, das war doch für dich total positiv in der Kindheit, weil ich bin mit meiner Familie, mein Vater war bei der Bundeswehr alle eineinhalb Jahre umgezogen. Das heißt, ohne diesen Wunsch nach Harmonie hätte ich mich wahrscheinlich nie so schnell und so gut in neuen Umgebungen zurechtgefunden, neue Freundschaften geschlossen. Hätte ich vielleicht auch später nie so schöne Interviews führen können als Moderator oder so eine schöne Atmosphäre in Fernseh- und Radioshows herstellen können, dass sich Menschen und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer wohlfühlen. Also das ist was total Positives. Es geht halt immer darum, selbst dabei nicht auf der Strecke zu bleiben. Und ich hatte im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder so Momente. Ich habe dauernd gearbeitet, dann mal einen Tag frei, ich war krank. Ich hatte irgendwie so Gefühle, mit denen ich gar nicht umgehen konnte. Ich war schlecht drauf. Ich war so, dass ich irgendwie Chips, Eis und Schokolade in mich reingestopft habe und irgendwelche Serien und Filme geguckt, nur damit irgendwas passiert. Ich habe mich so ein bisschen auch betäubt. Ich bin lange so an dieser Grenze zum Burnout, glaube ich, hin und her navigiert und habe da Glück gehabt, dass es mich nicht noch in dunklere Gefilde irgendwie geschmissen hat und bin da gut durchgekommen und bin heute an dem Punkt, wo ich irgendwie mit mir selber viel mehr im Reinen bin, wo ich irgendwie weiß, was für mich beruflich und privat irgendwie Sinn macht, was will ich wirklich machen. Und ich habe das auch in den letzten Jahren dann beim ZDF gemerkt, dass man auch natürlich viel mehr im Reinen ist, auch mit der Arbeit, wenn man da sagt, wo für einen selber die Leitplanken sind. Und zu sehen, dass sich viele Probleme, die ich ja schon als gordische Knoten in meinem Kopf entstehen sah, wenn ich denn irgendwas sage oder wenn ich vielleicht Nein sage oder wenn ich sage, ich hätte es lieber so als so, dass es dann irgendwie eskalieren würde. Das ist nie passiert. Das war immer die eigene Angst vor Momenten, in denen man vielleicht unbequem werden würde. Aber das ist nie passiert. Und jeder kleine Moment, wo ein Nein oder eine Grenzeziehen eben nicht diese katastrophalen Auswirkungen wie in meinem Kopf in den schlaflosen Nächten hatte, sondern im Gegenteil in ein großes Wohlgefallen mündete, hat mir natürlich Selbstbewusstsein gegeben, okay, jetzt noch ein bisschen mehr zu wagen da auch. Noch ein bisschen mehr irgendwie den eigenen Wünschen Genüge zu tun und vielleicht den eigenen Träumen auch mal eine neue Tür aufzumachen. Und letzten Endes ist dann auch das Ende des Buches, dass ich mich nach 20 erfolgreichen Jahren aus meinem ZDF-Dasein erst mal verabschiede und sage, ich mache jetzt mal da auch die Türen für Neues auf. Das ist eine im Rückblick logische Konsequenz. Aber Leben erzählt sich ja vielleicht manchmal eher im Rückblick als nach vorn. Und ich beschreibe das ja auch im Buch. Es gab auf diesem Weg eine Menge Tools und so Gedanken, die mir einfach geholfen haben, mein Leben wieder in die Spur zu bringen. Und ein ganz, ganz wichtiger, das ich auch einfach ungefragt mittlerweile vielen Freunden empfehle und meinem ganzen Bekannter ist, schreib es auf, guck, wovor du Angst hast und schaff dir deine Leitplanken. Also ich habe lange gebraucht, Wertelisten gibt es ja auch im Internet wie Sand am Meer. Aber ich glaube, wenn jeder für sich so seine eigene Werteliste hat und einfach mal guckt, nach welchen Werten will ich leben und auch arbeiten und ich habe dann so mir meine fünf Werte zusammengezimmert. Das war eigentlich auch ein spannender Prozess, weil er auch nicht so einfach war. Ich dachte auch, ja, du packst jetzt ein paar Werte und das ist dann dein Ding. Und dann aber dann abzuklopfen, okay, passt jetzt für die Entscheidung, passend, na, nee, würde ich jetzt was machen, wenn das und das erfüllt ist, aber das nicht oder so. Und dann hat das echt auch gedauert und dann hatte ich irgendwann meine Beisammen irgendwie, also Kreativität, Begeisterung, Genuss, Liebe und am letzten habe ich so am längsten zu knabbern gehabt, Erfolg war mir dann irgendwie auch wichtig, obwohl es ja dann doch Erfolg manchmal auch was ist, wo man das außen braucht, aber diesen Erfolg für mich zu haben und diesen Erfolgsmoment irgendwie einen Podcast gemacht zu haben, irgendwie was Schönes geschrieben zu haben und auf der Bühne diesen Glücksmoment gehabt zu haben und so. Das ist mir einfach auch wichtig, ja, oder die eigenen Träume ins Ziel zu bringen. Also von daher lasse ich den Erfolg dann auch irgendwie sehr, sehr gerne in meinem Leben und genieße dann auch diese kleinen Glücks- und Erfolgsmomente, wenn man wieder irgendwie einen Gag geschrieben hat und probiert den auf der Bühne aus und der funktioniert. Und toll zu sehen war auch, dass ich dafür gar nicht die Masse an Menschen brauche. Einen Podcast machen wir ja jetzt auch fast alleine mit einem Kollegen, der sich um die Technik kümmert. Also du brauchst gar nicht so viele und ich habe im Zuge von Corona auch Auftritte gehabt, da waren dann irgendwie nur sieben Menschen und irgendwie zwei Zahlende, weil gerade wieder irgendwie ganz, ganz viele gesagt haben, ich bleibe lieber zu Hause oder erst gar keine Karte gekauft haben. Und ich kann das aber auch sehr genießen. Ich habe, der Auftritt vor sieben war super, vor allem wenn dann der Theaterleiter danach kommt und sagt, ich würde dich gerne, weil es so toll war, nächstes Jahr fürs Open Air buchen. Dann sagt man, okay, hat sich gelohnt und ich hatte einfach auch alleine Spaß für mich. Und das hätte ich früher nie gedacht, dass ich das überhaupt kann. So Sachen genießen, ohne dass jetzt irgendwie da, wie früher, als wir mit der Band gespielt haben, wenn da über tausend Leute da waren, war es irgendwie erst richtig schön und ich habe auch als natürlich Moderator auf der Bühne irgendwelche Award-Verleihungen, je mehr Leute umso besser, jetzt mal zu sehen, dass es auch funktioniert, wenn da eben nicht so viele sind, weil du einfach die Dinge machst um des Tuns willen. Und ich glaube, dass da auch die Dinge viel besser werden. Wenn du nicht immer nach den anderen schielst, sondern einfach guckst, wie ist das für dich, wie geht es dir damit und was ist das für dich für eine Befriedigung, sowas zu machen. Was ist einer der Träume oder Wünsche, die noch als Post-it an deiner Wand hängen, die noch nicht? Da hängen so viele. Einer, wo du sagst, der muss noch. Die müssen gar nicht, man muss ja gar nichts, aber wo ich gerne hätte, ich würde einmal gerne so einen Waschspritbauch haben. Das fände ich irgendwie total cool. Ich weiß, das ist aber noch echt, das könnte noch ein weiter Weg sein. Veganer Ernährung hilft. Ja, ich esse ehrlich gesagt kaum Fleisch. Neulich hat wieder jemand gefragt, isst du noch Fleisch? Und ich dachte, nee, ich habe neulich mal, ich bin jetzt auch so ein bisschen auf Ayurvedisch umgeswitcht und da ist kein Weizenmehl mehr, kein Fleisch von, ich habe fast gesagt, kein Fleisch von Menschen mit vier Beinen, aber kein Fleisch von Tieren mit vier Beinen. Ich habe vor Wochen noch mal Hühnchen gegessen und so, aber ansonsten ist Fleisch echt fast weg. Aber da musst du ja auch den Körperfettanteil auf unter 10 Prozent bringen und das ist bei mir noch ein weiter, wie sitze ich überhaupt da? Ich hoffe, man ist alles. Und dann ist da noch drauf, noch mal die eigene Musik im Studio richtig aufnehmen. Ich hätte schon gerne mal irgendwie so eine eigene Single oder so. Einfach, um es mal gemacht zu haben, weil auf der Bühne spiele ich einfach nur mit Gitarre. Englisch oder Deutsch? Das ist Deutsch. Ich habe vor Jahren, das war dann auch wieder so ein Versuch, der danach unter die Räder kam, weil man eben irgendwie keine Zeit hat, seinen Träumen Raum zu geben, mit Uwe Bossert, dem Gitarristen von Raymond, irgendwie eine ganze Ladung Songs geschrieben. Und wir waren auch im Studio, haben die dann aufgenommen und da haben wir am Anfang versucht, was passt besser, Deutsch oder Englisch und war relativ schnell klar, dass ich mich auch Deutsch einfach im Gesang besser irgendwie ausdrücken kann. Das war allerdings Jahre vor der Erfahrung mit dem Comedy-Dasein auf Englisch. Von daher will ich jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder auch Englisch singe, aber meine Songs funktionieren auf Deutsch irgendwie ganz gut und damals haben wir das dann, ja wie soll man sagen, nicht ins Ziel gebracht, das schlief wieder ein und die Songs gibt es aber alle noch und jetzt singe ich auf der Bühne andere und wir sind ja jetzt hier in Berlin und mit Uwe neulich erst wieder telefoniert, da müssen wir auch noch mal ran an die Nummern irgendwie, die gut ins Studio bringen. Also ich würde gerne noch mal irgendwie auch ein paar Songs richtig veröffentlichen mit richtig schön mit Studio und so. Da hätte ich Lust drauf. Ein großer Zettel mit Abendshow klebt er auch noch, weil nachdem ich, und ich beschreibe das ja auch im Buch ein bisschen ausführlicher, nachdem das für mich so eine Art, ja, Erweckungserlebnis, wie er zu viel gesagt, aber ein ganz, ganz wichtiger Moment war, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwas sich erträumt und ich hatte ja nur meinen Traum als Radiomoderator wahrgemacht. Ich habe die Radiosendung moderiert, die ich als Kind mit Kassettenrekorder aufgenommen habe und die ich geliebt habe, wenn sie Gottschalk und Jauch moderiert haben, irgendwann dann bei Bayern 3 selbst moderieren dürfen. Das war ein ganz toller Moment. Ich habe irgendwann auch eine Fernsehshow moderieren dürfen und die war erfolgreich, das war super und ich konnte zweimal beim Fernsehgarten einspringen, weil die große Show mit Tausenden von Menschen, das genieße ich ja bei Live-Events und Award-Verleihungen, die ich moderiere sehr und ich wollte das immer mal im Fernsehen machen und dachte mir, das ist mein Ding. Aber das konnte ich ja nie unter Beweis stellen, weil das gab es ja einfach nicht. Und dann gab es kurzfristig die Möglichkeit, mit 48 Stunden Vorbereitung den Fernsehgarten zu moderieren. Damals die größte Show nach dem Ende von Wetten, das? im ZDF. Und ich dachte, na klar mache ich das, als die anriefen. Ich sagte, ich habe heute Abend noch Hallo Deutschland, aber morgen könnte ich dann proben und dann können wir am Sonntag die Live-Show machen. Und dann legte ich auf und dachte mir, ey, was hast du da jetzt gerade gesagt, 6.000 Leute sind da live, drei Stunden Show, eine längere gibt es nicht. Und ich dachte, ja, aber dafür bist du gemacht, das ist dein Ding. Und da hatte ich vorher auch diese extra Portion Adrenalin. Vor allem, da gibt es dann so einen Warm-Upper, der stand dann irgendwie auf der Bühne in diesem zentralen Auditorium und sagte kurz bevor ich kam, ja, eines noch für Sie alle, Andrea Kiewel ist heute verhindert, aber Ingo Nomsen ist da. Viel Vergnügen. Und ich so, oh Mann. Ja, und alle Leute gerade so, Andrea Kiewel ist nicht da, oh. Und dann kommst du hin. Und dann habe ich da mein Publikum aber gut in die Spur gebracht und dann gingen die Live-Show los und das hat so einen Spaß gemacht. Das war so eine Freude. Das ist wie, also ab und zu beim Schreiben des neuen Buchs war es auch so, du sitzt irgendwie, fängst an zu schreiben und dann ist nachts um 3, halb 4 und du bist fertig. Und genauso war das da. Ich bin da durchgeflogen und dann war es vorbei und alle klopfen dir auf die Schulter und sage, das ist doch super, als hättest du nie was anderes gemacht. Da dachte ich mir im Stillen, ja genau. So war es dann auch. Und dann bin ich in die Garderobe und ich weiß noch, ich rief damals meine damalige Freundin an und sagte, das ist vorbei. Und in dem Moment, da fiel so vieles ab von mir. Ich habe Rotz und Wasser geheult irgendwie eine Viertelstunde, weil das so emotional war, für mich selber, auch ohne andere dann, sondern nur für mich. Ich dachte mir, ey Mann, ja, das ist so Proof of Concept. Es funktioniert. Und dann habe ich den die Woche danach auch noch moderiert und hat auch noch gut funktioniert. Und das war für mich so meine Befriedigung. Okay, du kannst es auch wirklich, weil diese Ängste waren natürlich kurz vor knapp dann doch da, weil ich es im Rahmen einer Live-Fernsehshow in dem großen Rahmen noch nie machen konnte. Und das hatte also auch funktioniert. Von daher klebt Abendshow da auch noch dran. Und ich sage ja im Buch eigentlich den größten Lebenstraum jetzt mal gut in der Spur zu sein, auch was das Dasein als Opa irgendwann angeht, auf der Veranda zu sitzen und seinen Enkel in den Arm zu nehmen. Mit meinem Sohn ist zumindest der Grundstein dafür jetzt gelegt. Ja, gelegt. Und das schließt für mich auch noch mal so den Kreis. Ja, und das ist wirklich interessant, welche Steine im Leben plötzlich übereinander fallen. Wenn du dich veränderst, verändert sich eben auch das, was dich umgibt. Und ich hatte das auch schon als Teenager und als ich das erste Mal in Amerika war und diese ganzen Self-Help-Bücher verschlungen habe, Chicken Soup for the Soul und wie sie alle heißen. Man weiß so vieles, aber man setzt es irgendwie nicht um. Und wenn dann irgendwann der Punkt im Leben kommt und ich hoffe, dass es für viele eben nicht so ein einschneidendes Erlebnis braucht wie den Tod meines Vaters und ich merke das jetzt an vielen, die mir schreiben, eben, dass auch so ein Buch irgendwie Inspiration sein kann und so den richtigen Schub für das richtige Momentum gibt. Und das ist wirklich total schön, einfach zu sehen, dass man mit seiner eigenen Geschichte eben auch anderen helfen kann, in die Spur zu kommen. Und das sind wirklich Menschen jeglicher Couleur, irgendwelche Menschen in der Industrie arbeiten und sehr erfolgreich sind und mit mir schreiben. Und ich denke, Gott, was bemüßt ich den jetzt dazu, mir zu schreiben? Und so, dann finde ich das aber total toll. Oder mega erfolgreiche Sportler, die plötzlich auf Instagram irgendwie posten, ey, danke Ingo für dein Buch, das kam zur richtigen Zeit. Und ich denke, ey Mann, du bist Weltmeister, was brauchst du in meinem Buch? Ja, aber es ist schön, wenn einfach so ein bisschen Energie vielleicht auch davon ausgeht und von anderen angenommen wird und weiterverarbeitet werden kann. Total schön. Ich habe eine Frage, eine abschließende Frage, die jeder meiner Podcast-Gäste bekommt. Und diese Frage ist, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, unglaublich erfülltes Leben. Ich hoffe, ich werde 98. Das ist mal so meine Marke. Perfekt, 98. Du hattest ganz viele Abendshows noch moderiert. Du hast deine Single noch rausgebracht. Du sitzt mit deinen Enkelkindern auf der Veranda. Aber irgendwann kommt tatsächlich dann für dich auch der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen. Du wärst auch noch da. Ich wäre auch noch da. Und ich würde zu dir sagen, Ingo, tut mir super leid, alles wurde gelöscht. Deine Bücher sind weg, dein Podcast ist weg, deine Shows sind weg, es wurde alles gelöscht. Es gab ein technisches Problem. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, von denen, wenn sonst nichts übrig bleiben würde, von allem, was du jemals gesagt hättest, drei Sätze, drei Weisheiten, die du dem Menschen mitgeben würdest, von denen du glaubst, dass das ein erfülltes Leben ausmacht. Was würdest du auf das Blatt Papier schreiben? Hab keine Angst, sondern Mut. kümmer dich um dich, denn du bist, was zählt und du bist genug. Du hast alles im Prinzip, was du brauchst. Und dann kümmer dich um eine Familie oder um deine Familie. Es gibt ja auch Menschen, die können keine Familie haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber kümmer dich um deine Lieben. Und jetzt bin ich Vater und will immer sagen, ja, mach deine, verdammt nochmal eigene Familie. Das ist das Größte, was einem im Leben wirklich passieren kann. So schön. Ingo, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dieses fantastische Buch geschrieben hast. Ich danke dir ganz herzlich. Danke für dieses wirklich superschöne Gespräch, für deine Offenheit, für alles, was du geteilt hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass all diese Träume, die du noch hast, in Erfüllung gehen, dass du weiterhin konsequent Nein sagst, wenn du es nicht möchtest. Üben hilft, üben hilft. Ja, und vielen, vielen Dank. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich glaube, es hat sehr vielen Menschen sehr geholfen. Ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Es war total schön. Ich war total aufgeregt. Ich hoffe, ich stelle immer die Frage, jetzt bei solchen Interviews, wo ich auf der anderen Seite sitze, die mir Gästinnen und Gäste immer wieder stellen. War es okay für dich? Habe ich zu viel geredet, zu wenig? Und ich sage dann immer, ja, Gäste sollen ja reden. Aber ich hoffe immer auch, dass ich in dieser Rolle irgendwie eine ganz gute Figur mache. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und wenn du das auch hast, dann sind wir alle glücklich. Es war wunderbar. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Und ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen aus diesem wunderbaren Gespräch mit Ingo und kannst für dich vielleicht auch mehr da reinspüren und da reingehen, zu sagen, hey, es ist wichtig, auch auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Es ist wichtig, auch für meine Träume loszugehen. Und es gewinnt niemand, wenn ich mich selbst aufopfere. Also, denk auch immer an dich selbst. Ja, das ist nicht egoistisch, sondern im Gegenteil, es ist egoistisch, sich nicht auch an die eigene Nase zu fassen im positiven Sinne und auch selbst für sich zu sorgen. Okay? So, was noch? Also, Hire Self Home, ihr Lieben, ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, es gibt neue Features im Hire Self Home, es gibt Yoga Session, es gibt Special Active Sessions, es gibt Codes, die du bekommst, um bestimmte Produkte günstiger zu bekommen und dazu gibt es das alles natürlich wie immer als Aufzeichnung plus die Live Session mit mir, plus die Live Q&A Session mit mir einmal im Monat, plus das Workbook, plus eine Meditation, plus die ganze Mediathek mit so vielen Aufzeichnungen aus drei Jahren Hire Self Home, mit so vielen Meditationen, plus den Premium Access zu meiner App. Ich weiß auch nicht, was noch mehr geht. Das ist wirklich einfach so geil. Also, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mehr begleitet werden in deinem Alltag, deine Spiritualität zu leben, nutze es Hire Self Home für dich. Es ist so, so schön, so cool. Die Community ist einfach der Wahnsinn. Und wir sehen uns. Ich darf dein Spiritueller Coach sein, ich darf dich begleiten, worüber ich mich freue. Und ja, guck es dir einfach an. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Danke fürs Abonnieren vom Podcast. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du bei Instagram vorbeischaust. Da nehme ich euch auch immer ein bisschen mit hinter die Kulissen hier auf Maui, wo ich ja gerade bin, auf Hawaii. Und ja, schicke dir jetzt hier ganz viel Liebe, Sonne, positive Energie, wo auch immer du gerade bist. Fühl dich umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura. Die wunderschönen Tag. Hoffnung,